Hallo, heute unboxe ich Troja in der Blu-Rays, im Blu-Rays Steelbook. Wer kennt den Film nicht? Ich habe ihn geguckt vor ungefähr, weiß ich nicht, sieben Jahren oder so, wo er rauskam und er ist einfach nur grandios, ein Meisterwerk. Vielleicht dieses Steelbook jetzt mal unboxen. Ja, das Steelbooken matt. Es scheint so, als ob der FSK 16 Flatschen fest drauf ist. Naja, das ist ein bisschen schade. Hier von der Seite. Troja Directors Cut. Von hinten haben wir hier Informationen zum Film, die Specials nochmal hier und hier und die Producer. Schauen wir rein. Hier die Blu-Ray-Disc. Sieht eigentlich ganz okay aus. Sagen wir hier noch Werbung. Zu verschiedenen Blu-Rays. Und wir haben kein Innendesign, einfach matt in Silber gehalten. Das war es, keine Unboxing zur Troja in Blu-Rays Steelbook. Ich sage, bitte weiterhin abonnieren und kommentieren und sage damit Peace. Danke, ich bin raus und ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.